Hallo zusammen! Es gibt mal wieder großartige News und zwar zum Thema Batteriezellproduktion bei Tesla. Außerdem hat Tesla angefangen, Fahrzeuge zu folieren. Das müsst ihr euch mal geben. Wollen wir auch gleich zusammentun? Vorher wie immer noch der Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich! Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für eure Autos. Hier gibt es Gummimatten, Schutzblenden, Performance-Pedale und noch vieles mehr. Alles, was man so für seinen Tesla eben braucht und bekommt jetzt 5% auf alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier wie immer über die Tesla-News. Und hier gab es schon wieder einiges. Tesla bietet ab jetzt Premium-Farbfolierungen für das Model Y und das Model 3 in den USA an. Not-a-tesla-app.com hat hier den entsprechenden Bericht. Da schauen wir gleich rein. Die Premium-Farbfolierung für Model 3 und Model Y ist exklusiv bei Tesla erhältlich. Diese Folien, so schreibt not-a-tesla-app.com, sorgen für einen Hauch von persönlichem Stil, also von Personalisierung besser gesagt, und bieten Schutz. Die selbstheilende, auf Urethan basierende Folie PPF, das steht für Paint Protection Film, schützt den Originallack des Fahrzeugs vor möglichen Schäden wie Absplitterung, Kratzern und sogar dem gefürchteten Paint Swirl. Nicht ganz sicher, was gemeint ist. Falls ihr das wisst, schreibt es mir unten in die Kommentare. Die Kunden können aus einer Palette von sieben leuchtenden und exklusiven Farben wählen. Wer sich für das dezentere Spektrum interessiert, kann sich für Satin Stealth Black oder Slip Gray zum Preis von 7.500 Dollar entscheiden. Für diejenigen, die lebhaftere Farben lieben, stehen Glacier Blue, Satin Rose Gold, Forest Green, Satin Ceramic White und ein Crimson Red zum Aufpreis von 8.000 Dollar zur Verfügung. Ja, und auch wenn diese Folierungen einen Aufpreis kosten, bieten sie mehr Schutz als eine Standardverkleidung. Damit ist eine einfache Vinylfolie gemeint. Dann gibt es noch eine weitere interessante Option bei Tesla, und zwar eine Folie, die nur zum Schutz dient, also durchsichtig ist. Die kostet 5.000 Dollar. Auf der Support-Webseite von Tesla steht, dass man dafür Model 3 und Model Y aus 2023 braucht. Fünf bis sieben Werktage dauert die Folierung, und ja, man kann das Ganze auch rückgängig machen. Allerdings bietet Tesla nicht die Option an. Die Folie lässt sich aber leicht entfernen, sagen sie. Ist das eine besonders teure Option von Tesla hier? Darüber wird viel diskutiert in den Foren. Ich meine, nein, ich habe mein Model 3 selber foliert vorne, und damals hatte ich mir auch ein Angebot machen lassen für eine Komplettfolierung. Die lag für eine nichtfarbige Folie bei 5.000 Euro. 5.000 Dollar von Tesla kommen mir hier also nicht übertrieben vor. Jetzt muss man ja auch noch bedenken, dass dies eine spezielle Folie ist, die eben auch genau diesem Schutz dient. Das ist also keine herkömmliche Standard-Binyl-Farbfolie, sondern schon was Besseres. Wie gesagt, auf Urethan-Basis und selbstheilend. Die ist auch nochmal deutlich dicker, also ich denke, der Preis geht schon in Ordnung. Interessant, dass Tesla dies jetzt hier anbietet. Wir hatten eine erste Entwicklung bereits in China gesehen. Dort wurde eine Folierung regional begrenzt bereits angeboten. Auch in den USA ist das nicht flächendeckend, sondern erstmal startet Tesla hier in Kalifornien mit zwei Service-Centern. Man könnte also sagen, dass Tesla hier gerade einen Test durchführt, und natürlich ist die ganze Sache besonders spannend im Hinblick auf den Cybertruck. Denn der kommt ja ohne Farbe und Tesla könnte tatsächliche Farbfolierungen anbieten oder sich zumindest darauf vorbereiten und mal einen Testlauf hier mit Model 3 und Model Y starten. Ich persönlich hätte eher gedacht, dass sie diesen Schritt vielleicht nicht machen, auch gerade im Hinblick auf den Cybertruck, denn es ist schon komplex. Und Komplexität mag Tesla eigentlich nicht. Schauen wir mal, wie es kommt. Es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Kommen wir mal zu großen Neuigkeiten, was die Batteriezellproduktion bei Tesla angeht. Vor rund vier Monaten, da hat Tesla die 10-millionste eigene 4680er-Zelle hergestellt. Und jetzt sind sie bereits bei 20 Millionen. Ja, was soll das bedeuten? 20 Millionen Zellen kann sich kein Mensch was darunter vorstellen. Das schlüsseln wir jetzt mal ein bisschen auf. Was bedeutet das also mit 20 Millionen Zellen? Das sind rund 1,9 Gigawattstunden an Batteriespeicherkapazität. Ja, und wenn wir das mal runterrechnen auf einen Cybertruck, zum Beispiel mit einem Batterypack von 200 Kilowattstunden, das erwarte ich mir bei der größten Variante, dann kommen wir auf rund 9500 Cybertrucks, die man damit bauen könnte. Jetzt interessiert uns aber vor allem auch, wie sich das Wachstum hier oder die Geschwindigkeit der Batteriezellproduktion bei Tesla weiter abzeichnet. Und dazu schauen wir uns mal ein paar Posts an, zum Beispiel von Troy Teslike. Der hat ja auch seine Berechnungen angestellt und er schreibt, die 10-millionste Zelle wurde am 16. Juni 2023 gebaut. Das bedeutet, dass sie 10 Millionen Zellen in 117 Tagen gebaut haben, sprich 85.470 Zellen pro Tag. Dann überlegt er sich, wie viele Wattstunden denn ein so eine Zelle haben könnte. Er kommt hier auf den Wert von 89,4 Wattstunden, überlegt sich dann, wie viele Kilowattstunden das pro Tag sind, nämlich 7.641. Er rechnet das dann auf die Woche hoch und kommt dann auf 446 Cybertrucks pro Woche. Er sagt, vermutlich ist das sogar noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt es eben sehr darauf an, wie viel man dem Cybertruck bei der Batterypack-Größe zugesteht. Ich bin da sehr viel konservativer, weil ich denke, dass Tesla hier mit dem Größenpack anfangen wird. Ja, nach meiner Rechnung wären das dann so rund 267 bis 300 Cybertrucks vielleicht die Woche. Einen anderen Post, den wollte ich euch auch noch zeigen, der kommt von Jordan Giesicki. Der hat den YouTube-Kanal The Limiting Factor. Den verlinke ich euch auch mal hier unten in den Shownotes. Ein toller Kanal. Und der konzentriert sich vor allem auf das Wachstum bei Tesla und schreibt, Es sieht so aus, als würde die Geschwindigkeit der Batteriezellproduktion in Texas um ungefähr 21% pro Monat wachsen. Meine Schätzung von 20 Millionen Zellen bis Oktober war also korrekt. Er hat das im Voraus sich überlegt. Wenn der Rest meiner Annahmen korrekt ist, entspricht das einer Produktionsrate von ungefähr 5,13 Gigawattstunden pro Jahr, was bereits 20 bis 30% mehr ist als bei einer herkömmlichen Batteriezellproduktionslinie. Aber die Linien in Austin, die sind für weit mehr ausgelegt, nämlich für 20 bis 25 Gigawattstunden. Und obwohl 5 Gigawattstunden also eine Menge Zellen sind, haben wir bisher also noch gar nichts gesehen. Höchst spannend, schreibt er. Er geht von einer höheren Energiedichte aus, nämlich 95 Wattstunden pro Zelle. Auch das ist natürlich eine Zahl, die nicht offiziell bekannt ist. Die beruht hier auf Schätzungen von eben Leuten wie Jordan, die da aber auch zugegebenermaßen sehr tief im Thema drinstecken. Er kommt zu dem Schluss, dass die Produktionsrate aktuell völlig dafür ausreicht, die Cybertruck-Produktion zu starten und hochzufahren. Er schreibt, damit könnte abhängig von der Pack-Größe eine Produktionsrate von 25.000 bis 50.000 Cybertrucks pro Jahr möglich sein. Im Moment schaut es so aus, als hätte Tesla sogar einen Überschuss an Zellen für das Hochfahren der Cybertruck-Produktion. Hoffentlich bedeutet das auch, dass sie mit dem Semi-Truck bald beginnen können. So die Einschätzung also von Jordan Giesecke. Ich glaube, dass Tesla hier einen guten Schritt weitergekommen ist. Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Entwicklung auch exponentiell verläuft. Genau wie Jordan bin ich der Meinung, dass sie genügend Zellen jetzt haben, um den Cybertruck zu starten. Ob es dann tatsächlich auch noch für den Semi-Truck erstmal reicht, weiß ich nicht genau. Aber man kann damit auf jeden Fall schon mal arbeiten. Das ist die positive Nachricht. Auch klar ist aber, dass es zur richtigen Massenproduktion, gerade für den Semi-Truck, noch ein weiter Weg ist. Ja, und dann habe ich noch schöne Bilder von euch vom neuen Tesla Model 3 Highland. Hier hat Tesla ein zweites Batch gefertigt. Eine große Menge von Fahrzeugen, die hier zum Abtransport in Shanghai am Hafen bereitstehen. Das Video dazu kommt von Wuwa, der hier regelmäßig Drohnenflüge unternimmt. Tolle Bilder. Und das ist die zweite Welle von Tesla Model 3 Highlands, die dann zu uns nach Europa kommen. Wer also sein Fahrzeug rund um Weihnachten erwartet, hier könnt ihr einen ersten Blick schon mal drauf werfen. Ja, und Sawyer Merritt, der diese Bilder hier postete, der schreibt, die Produktion des neuen Tesla Model 3 aus der Giga Shanghai läuft weiterhin extrem gut. Das Team von Tesla in China geht total ab. Das würde ich so unterschreiben. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten sehen und hören wir uns schon ganz bald wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.